Hallo zusammen, ich stehe heute Abend in Punta Spin mit Martina, der Geiltein, eine Topmusik und das ist meiner Meinung nach die Zukunft, wie wir Alleinseinhalter spielen möchten. Also nicht mehr unbedingt Keyboard spielen, sondern eine gute Stimme, Martina, die gut singt, ein guter Gitarrist, der spielt. Und wir zeigen euch jetzt gerne einmal das Equipment. Ich sage, danke! Du! Und? Martina! Martina! The HR is better than me! For Claudio! And the Zoom. And the other Zoom. Voice effects. Ich sage Dankeschön euch beiden und alles Gute! Dankeschön! Dankeschön! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020